Tritek, kannst du schon den Panzer hören? Seh ich irgendwas? Du bist ein bisschen weiter weg als... Nope, ich höre euch. Gott, wir dürfen laut genug... Ich sitz gleich auf halb zwölf. Jawohl, kommt rechts am Gebäude raus, kannst du stehen bleiben, ihr kommt rechts am Gebäude raus, steck. Feuer! Jawohl, sehr schön, ich liebe ihn, habt ihr Toll. Tschüssi. Wunderbar, wir werden trotzdem in unsere Richtung. Zehnt er uns? Motor ausgeschaltet. Infanterie hinter uns, eventuell. Ja, er hat mich. Kann sein, dass ich ihn getradet habe. Jojo, ich repariere. Immer noch hinter dir. Wunderbar, ich gehe dem Panzer gehauen. Die Bombe ist da. Beide Ketten, Getriebe und Motor. Hm, könnt ihr gerne rep... Ich glaube, es haben wir uns. Ja. Jojo, bin schon dabei. Wunderbar, vielen Dank. Wir haben einen Gehfall von Norden. Treffer voll. Ich weiß nicht, was... Das war ein Panzer, was? Was ist das ein Panzer? Nochmal Piat. Ich hab einen Abfaller gehört, das war... Das war Piat. Das war Piat. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar ist tot. Der wir verressen... Wunderbar ist tot. Wir müssen weiter... Wunderbar ist ein Fahrwerk... ... und wir müssen untereinander... ... und dann, nach der sydlichen Kompakt eine Panzerquette. Was kommt? Ja! Mach'n Pio, der war direkt hinter euch. Die Markierung ist akkurat. Genau da steht. Eure Fahrt Richtung nach rechts fährt ein Sherman. Genau ein anderes Akku. Links der andere, äh, links der andere, ja? Könnt ihr ihn langsam sehen? Der Commander ist ausgestiegen. Noch nicht, steht hinten mit dem Weg. Hinten mit dem Weg, das ist ein Problem. Ich komm, hoffentlich komm ich mit Lappenzaun hier drüber, das ist echt scheiße jetzt, Mann. Ihr fährt jetzt weg, ihr müsst euch hört und gesehen. Fährt nach rechts. Rechts raus. D um. Ja, rechts rein. Komm. Und, halt. Da fährt er. Stopp, ist ein Cromwell. Den kriegst du. Der hält, der bleibt stehen. Mach den alle. Der bleibt. Verfahren. Schön. Noch einen. Nein, schießt du noch? Ja, ja, bleib. Mach later, Seth. Der kann uns nix, der kann uns nix. Bleib mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich es in den Weg ist, oder? Nehmt ihr nach links rein drehen. Links rein drehen. Links rein drehen. Links drehen. Links drehen. Schön. Jo, der ist durch. Der ist durch. Jetzt rechts schränkt den anderen. Wir steigen raus. Moment, den anderen seh ich noch nicht. Fahr rechts. Fahr rechts rein. Oder rechts ist egal, ob es auch von der Kiste ist. Der wird uns jetzt markieren. Wir haben den Commander von dem Cromwell hinter uns. Wir müssen uns beeilen. Ah doch, der Commander ist hinter uns. Der ist im Busch vor uns. Direkt vor mir. Ne, das ist eigener. Da ist er, da ist er. Hau ihn weg. Da brauche ich zu sagen. Komm, komm. Das wäre jetzt befeuert gewesen, an den Kanonen zu schießen. Ich fahre nach vorne. Alles gut, wir haben ihn. Vielleicht können wir ihn. Feindfahrzeug braun. Feindliches Fahrzeug. Links drehen. Schiff. Du hast einen zumindest von denen erwähnt. Ich glaube, du hast den Fahrzeug ganz lang. Du kannst hier deine Rechte rein. Ja, wobei kannst die Kiste... Dein Fahrzeug steht ja noch. Stopp. Weiter links. Stopp. Ich glaube, der Panzer ist linker Hand. Links am Waldrand. Ja, ich glaube auch. Ja, ich denke auch. Ich kriege leider keine Meldung von 2.2, dennoch aktiv ist. Wir fahren einfach weiter... Müsste ich ihn gleich sehen. Der ist da gerade am Ausbrennen. Oh ja, er brennt, glaube ich. Siehst du links was? Was? Gut, dann können wir wieder zurück. Wir werden einmal auf die Rote Hauptstraße hochfahren. Richtung Norden, bitte. Oh, der Jagdpanzer ist für uns ja. Alles super. Gut. Ich stre... So, unser Jagdpanzer steht doch noch. Auf 3 Uhr. Dann ist... äh, auf 9 Uhr. Ja, ich weiß auch nicht. Die haben hier gerade den durchgegangen... Ah, da ist feindliche Infanterie auf. Der brennt doch einfach. Ist das feindliche Infanterie auf dem Jagdpanzer? Nee, eigentlich. Das sind unsere, Lotte. Da brennt doch kein Kromwell, oder? Das ist feindliche Infanterie! Ne, ich stehe auf rechts. Das ist beim Feindlichen Panzer drücken. Fahrzeug! Schönen Tür! Schönen Tür! Schönen Tür! Schönen Tür! Schönen Tür! Die sind auf sich alleine gestellt. Die kommunizieren manchmal, aber nur sehr, sehr... Gucken wir mal, es ist nach 1 Uhr. Ist das der Panzer? Da steht ein Panzer auf 1 Uhr, oder? Ich seh's nicht. Ja, da ist er. 1 Uhr. Der fährt nach 2 Uhr. 1 Uhr reindrehen! Bitte nach rechts, ein Drücken! Weiter, 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 weiter! Weiter, 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 weiter! Der dreht einmal! Weiter, weiter! Jawoll! Stopp! Jetzt kannst du ihn sehen! Stopp! Stopp! Treffer! Ah, schön! Weiter drehen! Ein Stück nach rechts, komm, 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 komm! Stopp! Und Stopp! Keine Sicht mehr. Gute Woche von der Rapper kommt bei die Hops genau. Ich glaub der hat die Ketten raus. Der Krummel hat die Ketten raus. Easy Futter. Wenn ihr zu mir kommt, könnt ihr ihn sehen. Und halt dick und peck und langsam, oder? Stütze sind scheinbar zu sehen. Ich müsste ihn da sehen können schon. Ja, also ich kann ihn sehen. Ich muss den schon weiter fahren, was ich für die Sicht hab. Über die Bomben nicht. Weiter machen. Genau, und ich mach hier noch einen Stopp. Der 2-1 muss den sehen. Der Stecker und sowas. Der Stecker und sowas. Der um ihm herumfällt, ist einfach so in der Plan. Der ist noch nicht weg. Willst du einsteigen? Ne, ne. Der ist noch nicht weg, der Krummel. Schieß nochmal. Und da ist weg. Keine Ahnung. So. Das ist abgefunden. Ich hab nicht so. Echt? Komm mal ein Stück näher ran. Bis zu den Mäulen gucken. So. Mit 60.000 würde ich verhören. So, was machen wir? Steht mit. So, weil der gefeuert hat, kannst du wieder ein Stück weiter fahren. Weiter vorfahren. Jo, der ist durch. Ja. Da wird's ja auch im Don. Boah, die werden ihn nennen. Ja. Ein Panzerwello hinter uns? Oh, ja. Korrekt, du kannst einmal um 180 Grad drehen, Panzerbrechen laden. Die wollen uns rausnehmen, aber die fahren mit dem offenen Gelände auf uns an. Das war ein Treffer. Jawohl, Panzerbeschuss kommt raus. Ein andere Trehen. Der feuert weiter, stopp. Ein weiteres Feindfahrzeug auf 1 Uhr am Wochenstern, Stuart oder LKW? Egal, erstmal der Panzer. Er knackt den Panzer da vorne. Der raucht sich. Der raucht. Der kann nicht flüchten. Der ist auf, auf. Ja, das rechte sind 30 Kaliber oder 50 Kaliber. Hinter dem Baum, der ist scheiße. Ja, Peter. Ein bisschen höher nach vorne fahren. Stück vor. Fahre rechts in den Baum vorbei, vor. Rechts in den Baum vorbei, vorfahren. Verstanden. Und stopp. Stopp. Shit. Jetzt ist er welchen. Ja. Vernichtert. Eins. Schwer. Auch, was ist der? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist der? Ist gerade vernünftig geworden. Kette. Molken. Reden. Ringenrücken. Dann ist er noch mehr. Ist der? In der Hall gar nicht einmal ausstecken. Richtung Unverdrehmarkierung bewegen. Ich glaube, die hat es so weiter. Ich weiß nicht. Wenn du was hören oder sehen kannst, hab ich schon. Uh! Wir brennen. Wir löschen. Mit einer aussteigen, die Kiste. Besten einfach alle mal aussteigen und den Infanteristen gehen. Panzer fährt vor. Faltmann sind rein. Wir sind vernichtet worden, Faltmann sind aber auch vernichtet. Ja wunderbar, da kann ich nicht leben. Vielen Dank, wir spawnen dann einmal in der Mainbase auch. Guck mal, was wir noch haben. Also ich finde, wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen mit dem Jagdkanzel. Das waren jetzt... Wie viel irgendwo der ganze? Nicht mitgezählt. Grumble, noch ein... Firefly. Der Grumble südlich. Und jetzt noch ein Sherm. Feind MSP auf meiner Pursie. Das war der Königstiger. Das war der Königstiger. Nach hinten auf die Ladung. Flick in Ladung dran. Was hättet ihr denn? Panzer 3, 4 oder ein Königstiger? Königstiger. Sonst. Hier wieder einmal durch den Wald. Huh. Gut, stopp. Aber nach links. Geil. Siehst du den Panzer? Ja gut, dann fahr weiter. Ne. Fährt nicht. Okay. Okay. Tja, der ist hinter dem Bremsen. Der fährt langsam weiter zurück. Ah, der hat fast gesessen. Letzten Mark ignoriert. Einfach weiter nach vorne. Passt. Pusht Richtung Südost. Wenn du über den Hügel fährst, kannst du mal so 45 Rad nach links eindrehen. Feind MSP. Halt. Jawohl, halt. Ich bin schon weiter nach rechts. Ah. Ne, weiter nach rechts. Meine Fahrt. Den kriegst du. Weiter nach vorne. Fährt nicht den Hügel. Keine Sicht mehr. Auf 45 Rad nach rechts. Hubschauen. Killt ihn. Ja, halt man. Stopp. Ich würde sagen, der ist wahrscheinlich schon gemütlich. Aber Feuer. Ich denke, die Besatzer hat er. Jetzt ist er durch. Yo, Sascha. Er ist durch. Er ist durch. Fahrzeug kommt raus. Hier kann ich stehen bleiben. Fahrzeug kommt raus. Fahrzeug kommt raus. Fahrzeug kommt raus. Ja, ja. Links. Weiter nach links. Lebe nicht. Mich hat zer... Er fahr nochmal. Fahr nochmal zur Marker. Fahr weiter. Richtung der Tag Marker ausrichten. Verdammt, das ist an der FOP. Der kleine Panzer ist unten an die FOP weiter. Ihr werdet da aufgeziehen. Ihr werdet den Bullring von hinten erledigen. Der Infanterter ist tot. Die... Komm los. Die Kleider fern. Genau auf meiner Leiche steht der. Da ist zumindest der kleine Bullring, weiß ich nicht. Halt. Jo. Hm, der ist durchgegangen. Habt ihr Kontakt? Ja, ja. Ja, ja. Der Wolverine ist... Hebe da außen. Oder seite. Arsch. Gib noch... gib noch einen drauf. Links, links, links. Genau, da ist er. Im... im Flussbett. Treffer. Hab was gelaufen, fahr weiter. Bevor der HE... Du hast den leer geballert. Fahr vollspeed voran. Die sind hinter uns. Fahr vollspeed voran. Okay, fahr jetzt. Jetzt ist er weg. Der Wolverine ist hinter uns. Ich hab keinen Kontakt zum Wolverine. Ich weiß nicht, wo die geht. Okay. Ich schieß nochmal auf den Daimler. Ist er auf 10 Uhr, der Wolverine? Ne, ne, ist unser. Der Schuss kam aus dieser Richtung. Der kommt vom Süden. Der ist zurück. Der ist hinter uns. Panzer markiert. Der ist hinter uns. Der fährt jetzt auf. Komm schon. Ja, der ist weiterfahren, weiterfahren. Motor ist raus. Der steckt fest. Der hat auf euch auf. Auf euch eingehen. Jetzt. Hauen wir welche. Die repariert. Der lebt noch. 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 Wir schießen ab mit den BCI. Ja. Jetzt muss er weg sein. Jo, das war's. Ja, jetzt fangen. Das war's. Der ist weg. Kann doch nicht wahr sein. Das Ding ist doch nicht gewalt. Der ist weg. Wir haben noch einen. Ah, GG. Jawohl. Da, 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 da. Scheiße. Ah, eins zu zehn. Zehn Tickets. Sehn Tickets. Ist das gut gewesen. Wie gesagt. Wenn man einfach ein bisschen weniger aufgeben würde. Das müssen wir besser machen. Das geht so. Waren wir eine. Hätten wir das gewonnen. Waren wir trotzdem nicht vor. Hat echt Spaß gemacht. Immer so. Wir sind häufig nicht für Fahrzeuge. Aber wir sind nur eins. Seid halt nicht so. Was? 30 Kills? Das ist doch. Ne, 31 haben wir so im Squad. Das ist schlecht. Wie viel Fahrzeug ist bei dir, Gunnar? Sehr, sehr häufig. Eins nur. Das wagt. Nur was du One-Shot hast. Das wird gezählt. Ah. Ja, bitte. Was? Das wird erinnert. Was? Ja. Vielen Dank.